Hallo Leute, willkommen bei Animal Shelter Simulator. Das ist ein Tierheim Simulator und der ist vor ein paar Tagen bei Steam erschienen. Und außerdem gibt es auch eine kostenlose Demo, dieser Prolog hier, den ich jetzt hier gerade habe. Den gibt es wohl schon länger, aber ich habe den irgendwie verpasst. Und ich dachte mir, bevor ich mich da in Unkosten stürze, lade ich mir doch erstmal diese Demo-Version runter und dann schnuppern wir da mal rein. Dann schauen wir, ob das euch gefällt und mir gefällt. Und wenn ja, besorge ich mir das Spiel und dann kann ich das auch länger spielen. Und wenn nicht, dann bleibt es hier bei dem Anspielen der Demo. Also, ja, man kann hier schon beim Rumfliegen einiges sehen. Es geht um Hunde und Katzen. Und wir haben ein Tierheim und müssen offenbar diese Tiere aufnehmen und in einen guten Zustand bringen. Jo, und dann schauen wir einfach mal. Spielladen, ne, wir machen ein neues Spiel. Ich habe hier jetzt noch gar nicht reingeguckt. Es kann also auch sein, dass ich mich anstelle wie der erste Mensch. Naja, dann muss ich es halt lernen. Also, wen retten wir heute? Wähle ein Tier, mit dem du dein Abenteuer beginnen kannst. Ich fange mal mit einer Katze an. Miau. So. Ei, 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 ei. Also, hallo. Wir hoffen, dass du viel Energie hast. Vor dir liegen viele Herausforderungen. Bereit? Behandle das Tier. Spiele mit ihnen. Wasche sie. Werde Betreuer deiner Tiere. Mach alle notwendigen Einkäufe. Und finde ein liebevolles Zuhause. Na, das ist doch eine feine Sache. Zum Schließen hier klicken. Aufgaben. Verwende WSAD, um sich dem Computer zu nähern. Klicke mit der linken Maustaste, um den Computer zu verwenden. Und wähle dann die Option Haustiere aufnehmen. Nimm ein neues Tier in dein Tierheim auf. Warte, bis das Auto mit dem neuen Haustier ankommt. Und nimm die Katze aus der Transportbox. Also zuerst zum Computer gehen. Ob der vielleicht im Haus ist. Denn die Klimaanlage sieht nicht wie ein Computer aus. Ich gehe aber erstmal einfach... Na, es sieht schon nach im Haus aus. So, also. Öffnen. Gut. Ja. Das ist doch hier ganz hübsch gemacht. Brauchbar möbliert. Mit netten Kinderbildern. Kinderbildern. Da, oi. Guten Computer. Zwar nur ein Bildschirm und eine Tasse Kaffee haben wir auch. Das ist gut. Aber wir wollen hier jetzt erstmal einloggen. Computer. Nutze den Computer, um viele der wichtigsten Dinge in deinem Tierheim zu überprüfen und zu erledigen. Tiere aufnehmen. Ein neues Zuhause für sich suchen. Im Geschäft nach Artikeln suchen. Und natürlich deine Statistiken kontrollieren. Ganz wichtig. Alles an einem Ort. Sehr gut. Also da, Computer, Tiere im Tierheim, Nachrichten, E-Mail, Tiere zur Adoption, Enzyklopädie, auch wichtig. Dann können wir nachschlagen. Shop, Galerie, Baumodus. Mh, Baumodus. Und Statistiken. Und ich soll jetzt aber erstmal Tiere im Tierheim. Hier findest du eine Liste aller Tiere, die sich derzeit in deinem Tierheim befinden. Äh, gar keins. Ich will ein Tier aufnehmen. Okay. Ich probiere es mal hier so direkt. Ist das fleischlastig Kartoffeln. Man muss Brokkoli essen, um schlau zu sein. Donnerstag, schätze ich. Okay. Ich seh dir am Humor, wenn der Computer sagt. Donnerstag, schätze ich. Shop, kaufe Ausrüstung für deine Haustiere. Wir können da ja mal reinstöbern. Der Blebshop. Essen. Da gibt's ja gar nichts. Ist aber gar nicht gut. Vielleicht wird der erst noch freigeschaltet, der Shop. Baumodus. Tiere im Tierheim. Da haben wir ja noch keine. Wir brauchen erstmal welche. Prüfe deine E-Mails. Auch keine. Tiere zur Vermittlung. Nimm neue Tiere im Tierheim auf. Jawohl. Finn, eine Katze. Er ist so süß. Finn sieht nicht aus wie ein heimatloses Tier. Es scheint, als hätte er sich gerade verlaufen. Finn sollte in ein Tierheim gebracht werden, falls seine Besitzer anrufen. Gut. Nimm dieses Tier auf. Name eingeben. Finn gefällt mir. Das lassen wir mal. Das Tierheim wurde im Tierheim aufgenommen. Du erhältst irgendwelche tollen Punkte. Gut. Dann müssen wir jetzt wohl mal gucken, wann es ankommt. Ja, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Warte, bis das Auto mit dem neuen Haustier kommt. Es hupt schon. Da, da. Hallo, Finn. Bist du da? Wähle ein Tier aus. Oh, jetzt habe ich ihn am Schlawittel. Und jetzt? Jedes Tier sollte seinen eigenen Käfig haben. Nur ein Tier pro Käfig ist erlaubt. Setzen wir eins um, damit es sich etwas ausruhen kann. Drücke Rechtsklick, um fortzufahren. Okay. Versuche, das Tier woanders zu platzieren. Da. Auslauf. Der Auslauf ist ein Ort, an dem du deine Tiere frei laufen lassen, mit ihnen spazieren gehen oder Zeit verbringen kannst. Hunde und Katzen haben getrennte Ausläufe. Das ist wahrscheinlich vernünftig. Gut. Hier ist jetzt ein Zwinger. Oh, die Armen. Tiere leben hier im Zwinger. Getrennt für Hunde und Katzen. Du kannst sie verwenden, um den Tieren nach ihrer Ankunft im Tierheim oder nach der Behandlung ein wenig Ruhe zu gönnen. Es ist ihr persönlicher Raum in deinem Tierheim. Jeder Käfig hat seine eigene Tafel mit Informationen zum Tier. Gut. Ich denke mal, solche Käfige sind wohl einfach auch Realität. In einem Tierheim. Jetzt setzen wir sie mal ab. Jawohl. Wie alle anderen Lebewesen müssen Katzen und Hunde essen und trinken. Verwende den Computer, um Nahrung und Wasser für sie zu kaufen. Okay. Müssen wir die Tür hier zumachen? Ich denke, ja. Tschüss. Ich komme gleich wieder und bringe was zu essen. Was ist denn da? Lauter Kisten. Gut, jetzt gehen wir shoppen. Jetzt gibt es was zu essen. Günstiges Katzenfutter. Ob eins reicht? Wir nehmen erst mal nur eins. Wasserkanister. Okay. Nehmen wir auch eins. Und dann Bestellung abschließen. Ich glaube, ja. So. Blüm. Die Drohne kommt in 10 Sekunden hier an. Na toll. Verschiedene Gegenstände stellen unterschiedliche Tätigkeiten im Spiel zur Verfügung. Denk jedoch dran, dass du nur einen aktiven Gegenstand in deiner Hand haben kannst. Andere Artikel können einfach in deinem Inventar gespeichert werden. Um das Inventar zu öffnen, drücke die Taste Tab. Du kannst auch Inventarslots mit den Tasten Mausrad oder 0 bis 9 ändern. Okay, das ist nicht schlecht. So, da ist ein Ausrufezeichen. Wir gehen jetzt erst mal auf den Hof und gucken nach dem Essen. Denn ich denke mal mit gutem Essen und Trinken. Okay. Gut. Das ist praktisch. So müsste mal meine Amazon-Bestellung mal laufen. Also öffnen wir mal oder wir heben hoch und bringen es beides zusammen hier rein und machen es hier dann so. Und jetzt öffnen wir es. Sehr gut. Günstiges Katzenfutter. Verstaue deine Sachen. Du kannst jeden Artikel, den du erhältst, direkt in dein Inventar setzen. Um dein Inventar zu öffnen oder zu schließen, benutze die Tab-Taste. Für eine schnelle Auswahl kannst du mit der Maustaste scrollen. So. Mal gucken. Kann ich das hier jetzt reinfüttern? Futterschüsse. Ja. Ja, geht doch prima. Okay. Und jetzt probiere ich es mal mit dem Mausrad. Jetzt ist es weg. Sehr gut. Öffne. So. Oh, sie frisst gleich. Das ist doch sehr katzengerecht. Das tun die nämlich meistens. Außer die ganz Verwöhnten, die warten bis Sheba kommt. Die Bedürfnisse des Tieres müssen systematisch erfüllt werden. Ja, das leuchtet mir ein. Jetzt kommt das weg. Lass das Haustier seine Mahlzeit in Ruhe beenden. Streichel die Katze. Benutz einen Laser, um mit der Katze zu spielen. Das heißt, dann muss ich auch noch einen Laser kaufen. Jetzt räume ich das Ding erst mal weg. So. Und streicheln. Ja, das ist wohl so die idealisierte Vorstellung. Lager. Tooltips. Magazin. Klick. Ich pack hier mal... Hier kann man schön Kisten hinpacken. Denn das werden bestimmt noch mehr werden. Hm. Ich guck mal, ob sie sich streicheln lässt. Also normalerweise sind Katzen nicht so schnell so zutraulich, dass sie sich streicheln lassen. Aber ich soll sie hier streicheln. So. Ja, scheint ihr zu gefallen. Gut. Okay. Jetzt kaufen wir einen Laser. Ich würde ihr ja eher einen Kratzbaum kaufen. Und... So ein... Irgendwie so ein Versteck-Dings. Ich denke mal, das würde bei ihr jetzt eher ankommen, als mit dem Laser zu spielen. Aber nun gut. Spielzeuge. Oh. Vielleicht liegt da schon ein Laser rum. Okay. Die ganzen Sachen kann ich noch nicht kaufen. Dann suche ich mal nach einem Laser. Der ist auch irgendwie orange markiert. Der Laser. Ich würde mir den in den Stall packen. Hier, schon wieder ein Kaffee. Gut. An Kaffee mangelt es hier nicht. So. Da ist er ja. Sehr gut. Heb hoch. Ah. Mit Rechtsklick hätte ich das machen müssen. Du willst mit deinen Tieren spielen. Drücke die rechte Maustaste, um einen Ball für einen Hund oder einen Laser für eine Katze aufzunehmen. Wähle ein Tier und klicke drauf. Für Hunde wirf den Ball mit der linken Maustaste. Für Katzen beginne den Laserstrahl zu bewegen und beobachte, wie ihn die Katze jagt. Vergiss nach dem Spiel nicht dein Spieltier zu streicheln. Okay, ja, das ist dann die Zähmung der wilden Kleintigerin. Nein, das ist ein Klein-Kleintiger. Ist ja der Finn. Ähm. Also nehmen wir das Ding erstmal auf. Ich hab's schon. Jetzt öffnen wir die Tür. Kätzchen. Komm. Uhu. Guck mal hier. Da. Guck mal. Da. Hier. Kannst du jagen. Das interessiert dich überhaupt nicht. So. Komm. Hier. Siehst du? Da. Drücke linksklick auf der Maustaste, um mit ihr zu spielen. Ah. Muss im Auslauf sein. Tja. Dann komm nochmal hierher. Jetzt ist die Tür schon wieder zu. Komm, Katze. Finn. Tür geht schon wieder zu. Vielleicht muss ich die Katze erstmal in die Hand nehmen. Halte das, um es fallen zu lassen. Ich stecke es jetzt ein. Und jetzt nehme ich die Katze. Zack. Die Arme. Hier. So. Zack. Jetzt holen wir unseren Laser wieder. Komm. Jawohl. Na, das macht dir auf jeden Fall Spaß. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Deine Katze ist zur Adoption bereit. Bevor du fortfährst, musst du eine Anzeige erstellen. Du musst ein Foto von deiner Katze machen, indem du eine Kamera verwendest. Okay. Jetzt muss ich sie streicheln. Streichel, streichel, streichel. Und jetzt muss ich sie wahrscheinlich wieder hier reinsetzen. Sorry. Tut mir leid, mein Lieber. Aber du kriegst bald ein besseres Zuhause als dieses merkwürdige Tierheim. Also, verwende den Computer, um eine Kamera zu kaufen. Das ist vielleicht bei Sonstige. Jawohl. Ah, mit sofortigem Ausdruck. Sowas altmodisches. Ich meine, ich glaube, es gibt es jetzt wieder solche Sofortbildkameras. Aber das war mal völlig ausgestorben wegen der Digitalkameras. Fügen wir mal den Warenkorb hinzu. Und schließen die Bestellung ab. Die Drohne kommt in 10 Sekunden hier an. Kein schlechter Service. Kriegen wir schon wieder eine Kiste. Drohne, wo bist du? Klopp. Okay. Jetzt öffnen wir gleich mal. Nimm alles. Ja, sehr gut. Die packen wir erstmal ein. Und jetzt nehmen wir die Kiste und bringen sie ins Kistenlager. Gut. Mach ein Foto von deinem Tier. So. So, mein Lieber. Jetzt muss ich dich schon wieder schnappen. Und in den Auslauf setzen. Weil du ja offenbar selber nicht laufen kannst. Und jetzt muss ich die Kamera nehmen. Jawohl. Wechsel in den Fotoslot und scanne das mit dem Scanner neben dem Computer in deinem... Ne, erstmal muss ich ein Foto machen. Zoome heran. Äh, nein. Ah, so. Das ist jetzt ja irgendwie nicht so berauschend, weil es zu klein ist. Kann man... Ah, man kann sich hinhocken. Gut. Jetzt bleibt mal stehen. Liebes Kätzchen. Ne, das war ja... So ist gut. Und jetzt guck mal. So ist gut. Jawohl. Wunderbar. Kann nicht... Kann nicht gelagert werden. Okay. Ähm. Wie komme ich hier raus? Zoome das weg. Ja. Jawohl. Sehr gut. Wir gucken mal, ob wir unsere Katze hier im Auslauf lassen können. Das ist ja vielleicht doch ein bisschen... Naja. Es ist nicht abenteuerlicher als der Käfig. Aber sie hat ein paar mehr Meter zum Laufen. Was steht denn eigentlich hier? Adoptivität. 100%. Jo. Oh, sich erleichtern. Das darf sie dann bei den neuen Besitzern. Große Blase. Weniger Ausscheidungsbedarf. Sehr praktisch. Ein Schnellesser. Ein wahrer Schämpchen im Schnellessen. Voller Bauch. Genau wie Menschen... Tiere lieben es, einen vollen Bauch zu haben. Okay. Das sind wohl die... Ähm. Die besonderen Eigenschaften von Finn. Jo. Dann machen wir hier mal die nächsten Schritte. So. Der Scanner neben dem Computer. Das sieht aus wie der Scanner. Wechsel in den Fotoslot. So. Scanner. Äh. Ne. So war das nicht gedacht. Ich will nicht den Scanner fotografieren. Ne. Also muss ich... Hm. Scanne das mit dem Scanner neben dem Computer in deinem Computer. Tja. Ah. Hier. Ah. Das sind die Bilder. Aha. Okay. Jetzt. Wunderbar. Und jetzt. Um eine Anzeige zu erstellen, verwende den Computer. Wähle Tiere im Tierheim und klicke dann auf mehr Info und neues Zuhause finden. Kann ich das nicht irgendwie wegstecken? Die Slots werden schon bald knapp. So. Und jetzt sind hier die Aufgaben auch verschwunden. Weitere Informationen. Tierhistorie. Adoptionsstatus. Ein neues Zuhause finden. Ähm. Ich lese das einfach mal vor. Obwohl das anscheinend nicht so bedeutsam ist. Sieh dir das Haustier an. Süß, nicht wahr? Sein Name ist Finn. Du weißt es vielleicht nicht, aber unser Freund wurde als obdachloses Tier geboren. Trotz seines harten Lebens. Finn ist wirklich freundlich. Sicherlich wird Finn ein guter Freund für jedermann werden. Für jemanden werden. Lass dieses Tier nicht in der Obdachlosigkeit. Gib ihm ein Zuhause voller wahrer Liebe. Ein neues Zuhause finden. Okay, das ist die Beschreibung. Jetzt laden wir das Foto hoch. So. Ja. Das nächste Mal müssen wir mal lernen, da näher ranzugehen. Aber so ist, glaube ich, in Ordnung. Für den Anfang. Vielen Dank für die Veröffentlichung der Anzeige. Hoffentlich schreibt bald jemand eine E-Mail mit einem Angebot zur Adoption. Okay. Gut. Das war's dann, glaube ich, schon. Ah, er muss jetzt mal... Und hier ist eine Eins. Hm. Ah, eine E-Mail ist gekommen. Okay. Ich interessiere mich für die Adoption des Haustiers namens Finn. Hi. Mein Name ist Manuel McLeod. Ich bin interessiert an Katze Finn. Das heißt, ich bin an einer Adoption interessiert. Ich hoffe, wir werden zueinander passen. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Antwort. Vielen Dank für Ihre Antwort. Bitte kommen Sie in unser Tierheim, um das Tier abzuholen. Okay. Und warum soll ich das annullieren? Ja. Man muss da oben draufklicken. Okay. Ja. Na, hoffen wir mal, dass es ein guter... ähm... gutes Herrchen ist. Als gelesen markieren. Gucken wir mal. Ja. Und jetzt? Beantworte. Beep. Beep. Nix hier raus. Hm. Wo ist Manuel? Transporter. Nimm die Katze. Setze die Katze in den Transporter. Auf dem Rücksitz des Autos. Warte, bis das Auto wegfällt. Wo bist du denn? Da hast du es dir gemütlich gemacht. So. Du kriegst jetzt ein schönes Zuhause. Wo du ein schönes Sofa zerkratzen kannst und so. Das wird wunderbar. Ich sag's dir. Warte, bis das Auto wegfährt. Bleib dem Fahrzeug fern. Okay. Finn ist weg. Großartig. Adoptionszusammenfassung. Große Blase. Schneller Esser. Klicke auf eine beliebige Taste, um das Fenster zu schließen. Hm. Ähm. Eine beliebige Taste tut's hier irgendwie nicht. Ich klicke mal da drauf. Übergibt das Tier an die neue Familie. Aufgaben. Ah, ich sah noch drei andere Tiere. Ja. Tja. Gut. Dann. Dann werde ich wohl noch drei andere Tiere machen. Jo. Und würde ich sagen, für die erste Folge reicht es schon. Und in der nächsten Folge holen wir dann das nächste Tier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.